Herzlich Willkommen bei der Alfred-Berischinski GmbH, Ihrem Experten für Metalllösungen aller Art. In unseren Ausstellungs- und Produktionsräumen in Werne sind wir seit über 55 Jahren für Ihre Belange rund um das Metallhandwerk tätig. Ob bei Privatkunden, Firmenlösungen oder öffentlichen Projekten, wir zeichnen uns durch fachkundige Beratung, schnelle und zuverlässige Fertigung und eine millimetergenaue Montage aus. In eigener Herstellung fertigen wir auf über 1000 Quadratmetern Fenster und Türen der Marke Schyko auch aus Glas und Stahl, Insektenschutzlösungen sowie Treppen und Balkongelände aus Stahl, Aluminium und Edelstahl höchster Qualitätsklasse. Zudem bieten wir Vordächer, Carports, Garagentore und etliche Varianten für die gesamte Schließtechnik inklusive eines Schlüsseldienstes an. Von der Beratung bis zur Umsetzung Ihres Projekts stets in guten Händen lassen Sie sich von uns beraten. Natürlich monsters pricing TGs WWTV www.bbt.g.gun www.bbt.g.g.stev www.bt.g.g.g.de www.bt.g.g.de www.bt.g.g.de www.bt.g.g.de